Ich bin Enrico Komning, ich bin Rechtsanwalt in Neubrandenburg und seit 2014 Mitglied in der Alternative für Deutschland. Ich bin Vater von vier Kindern und Großvater zweier Enkelkinder. Die klassische Familie mit Vater, Mutter und mehreren Kindern gewährleisten den Erhalt unserer Gesellschaft, unserer nationalen Identität und unserer Kultur. Ich setze mich deshalb für die Förderung der Familie durch Steuererleichterungen und finanzielle Entlastung ein. Ich bin mit Leib und Seele Burschenschaftler. Burschenschaften sind historisch und aktuell Garant für den Erhalt einer nationalstaatlichen und demokratischen Gesellschaft. Ehrenamtliches und kulturelles Engagement für die Allgemeinheit sollten mehr gesellschaftliche Anerkennung finden. Als praktizierender Rechtsanwalt stehe ich für die Einhaltung von Gesetz und Recht, welche derzeit viel zu oft durch die Regierenden gebrochen werden. Nur durch Rechtstreue und Rechtssicherheit ist ein friedliches und freiheitliches Miteinander aller Menschen in Deutschland möglich. Die vielen Jahrzehnte der Nachkriegszeit haben wir in Frieden und Wohlstand gelebt. Die derzeitige Politik der alten Kartellparteien setzt beides aufs Spiel. Gegen den Willen des Volkes. Deshalb gehören sie abgewählt. Im Land und im Bund. Wählbar ist deshalb nur eine Alternative. Im Land und im Land und im Wilden des Volkes. Im Land und im Land und im Land und im Land und im Land, die eigentlichen Nborne nach der AKK